Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatendrang. Ich glaube, der Titel dieses Podcasts, du merkst es wahrscheinlich, dieser Titel schwingt die ganze Zeit mit und auch in allem, was ich tue. Und deshalb habe ich mich in dieser Folge einfach mal gefragt, was braucht es eigentlich, um diesen Tatendrang umzusetzen und auf die Straße zu bringen? Also was braucht es, um über sich selbst hinauszuwachsen? Und da werde ich dir einzelne Punkte vorschlagen. Ich habe mal fünf Punkte mitgebracht, über die ich heute sprechen werde und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatendrang, dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleit und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang umzusetzen. Ja, ich habe es gerade schon im Intro gesagt, es geht darum, den Tatendrang, den wir hoffentlich alle in uns spüren, dieses Träumen, Ziele stecken. Und ich glaube auch jetzt genau im Dezember ist einfach eine super gute Zeit, um sich selbst zu reflektieren und ja, schon mal erste Vorbereitungen zu treffen für das nächste Jahr, was die Ziele betrifft, was nächste Schritte betrifft, was Träume betrifft, was die Bucketlist betrifft. Und ja, deshalb möchte ich dir heute fünf Punkte vorstellen, die es braucht, um über sich selbst hinauszuwachsen. Und um dieses Bild auch einmal aufzuzeigen, über dich selbst hinauszuwachsen, was heißt das eigentlich? Für mich ist es wirklich so, ich stelle mir so vor, wie dein Körper da ist und wie so in deinem Herzen so ein kleiner Samen wächst, der ja einfach wächst, also nach oben geht, sich ausdehnt, mehr Raum einnimmt und auch das, was bisher da ist, ausbreitet, ausdehnt, größer macht. Du kennst sicherlich auch dieses Bild von der Komfortzone, das wird ja ganz oft als so ein Kreis dargestellt und ein Punkt, den du dann irgendwie darstellst, so in der Mitte oder ja, irgendwo in diesem Bereich eben. Und dann gibt es ja immer diesen Satz, where the magic happens is outside of the comfort zone. Und ich glaube, genau das soll auch in diesem Podcast heute so ein bisschen mitschwingen, dass du den Bereich, den du bereits kennst, erweiterst, größer machst, dadurch über dich selbst hinauswächst. Also wie so ein kleiner Samen, der gesetzt wird, der Wurzeln schlägt, der sich nach unten ausbreitet, der Stabilität hat und dann eben aber auch nach oben wächst. In, ja, den kompletten Raum sich eben ausdehnt, wie so eine Blume kannst du dir das vorstellen oder so ein Baum und dann auch eben Früchte trägt. Und was braucht es jetzt, um über sich selbst hinauszuwachsen? Für mich ist der erste Schritt immer das Bewusstsein zu haben. Wo stehe ich eigentlich gerade? Was möchte ich gerne erreichen? Was sind noch Ziele und Träume, die ich angehen möchte? Was bringe ich eigentlich jetzt schon dafür mit, um genau das zu erreichen? Und wo gibt es aber eben auch Themen oder Kompetenzen, die es vielleicht braucht für mich, die ich noch entwickeln darf, um eben dorthin zu kommen? Ich kann dich da immer nur wieder ermutigen, diesen Check-in, diesen Status Quo für dich einmal aufzuzeigen und da auch gar keine Angst davor zu haben. Weil natürlich gibt es Dinge, die gerade noch nicht ideal laufen. Natürlich gibt es Dinge, die du vielleicht noch nicht so gut kannst. Und ich benutze immer super gerne dieses Wort noch nicht. Denn du kannst das alles lernen, du kannst das alles entwickeln, du kannst dir Unterstützung an die Seite holen, du kannst dich an Menschen orientieren, die diesen Weg schon gegangen sind, auch als Mentoren oder als Vorbilder. Und gleichzeitig glaube ich aber wirklich, dass es diese authentische Auseinandersetzung mit dir selbst braucht, um zu wissen, in welche Richtung soll es eigentlich gehen. Dazu gehört natürlich auch, sich mit dir selbst, mit deinen Zielen, mit deinen Leidenschaften auseinanderzusetzen. Und auch da beobachte ich immer wieder, dass manche Menschen sich nicht so gerne mit dem Thema Ziele setzen auseinandersetzen und einen richtigen Widerstand haben. Und falls es bei dir so ist, dann darfst du da gerne mal hinschauen, denn ganz oft ist es auch so ein automatisches Programm, was in uns abläuft, weil wir irgendwann mal die Erfahrung gemacht haben, dass wir ein Ziel nicht erreicht haben. Und dadurch gelernt haben oder unserem System beigebracht haben, wenn wir es nicht direkt verarbeitet und reguliert und eingeordnet haben, also reflektiert haben auch, dass es sich nicht sicher in Zukunft anfühlt, ein neues Ziel zu setzen. Weil da besteht ja die Gefahr, dass du wieder in diesen Schmerz abrutschst, das Ziel nicht zu erreichen. Und ja, falls du dich mit dem Thema Ziele setzen beschäftigen möchtest, dann kann ich dich auch hier nur einladen, dass du dir den Ziele-, Träume- und Visionen-Workshop kaufst. Das war ein Workshop, den ich gehalten habe zum Neumond. Ich setze mich ja immer einmal im Monat mit meinen Zielen auseinander, um mich immer wieder neu auszurichten. Und in diesem Workshop gebe ich eben auch theoretische Impulse, was es eben braucht, um dieses Ziel zu setzen. Wir machen auch eine wunderschöne Meditation. Du kriegst ein, ich glaube es war ein am Ende 25- oder 26-seitiges Workbook, wo du dich noch tiefer damit beschäftigen kannst. Und ja, den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ich freue mich einfach, wenn du dich an dieses Thema Ziele setzen nochmal neu ranwagst. Weil, wenn du keine Ziele setzt, dann werden das andere Menschen in deinem Leben tun. Dann ist die Frage, ob du irgendwann mal am Ende deines Lebens wirklich zufrieden zurückschaust oder ob du dann eher denkst, ich habe das Leben eines anderen gelebt. Und deshalb glaube ich, ist es schon immer wieder wertvoll, da mal hinzuschauen. Oder was eben auch möglich ist, ist, dass du die Emotion, diesen Widerstand, den du spürst, wenn es um das Thema Ziele setzen geht, dass du den auch einfach mal regulierst. Auch dafür ist ein Coaching super, super wertvoll. Ich arbeite da mit einem Emotionscoaching-Ansatz, mit einer Methode, um diese Emotion auch erstmal da sein zu lassen. Weil was passiert, wenn wir diese Emotion nicht verarbeiten? Das ist wie so ein offener Tab in deinem Kopf. Und du wirst immer wieder Situationen in deinem Leben erleben, die dir genau die gleiche Erfahrung oder diesen Schmerz immer wieder präsentieren werden. Weil eben du diesen offenen Tab hast, also immer wieder diesen Impuls hast, wo dieses Netzwerk in deinem Gehirn angesprochen wird. Ich habe schon mal so eine Folge aufgenommen, wo ich darüber spreche, warum es wichtig ist, die Emotion zu regulieren. Ich glaube, sie heißt Emotional Leadership. Schau gerne mal in den Shownotes nach, da verlinke ich dir die Folge auf jeden Fall. Genau, also der erste Schritt ist erstmal, das Bewusstsein zu schaffen. Wo möchtest du hin? Welche Ziele hast du noch? Wofür möchtest du überhaupt den Samen sehen? Und dann natürlich auch, und das ist zum Beispiel auch Teil dieses Workshops und des Workbooks, damit auseinanderzusetzen. Was sind denn Schritte für dich? Und wie sieht dieses Ziel im Detail aus? Weil auch da, Thema Selbstständigkeit beispielsweise, sieht natürlich für jeden ganz unterschiedlich aus. In welchem Bereich, wie möchtest du arbeiten, mit welchen Kunden möchtest du arbeiten? Was ist so der Rahmen, den du setzt, den du dann mit Leben füllst? Der zweite Schritt, der notwendig ist, um über dich hinaus zu wachsen, ist, deine Vergangenheit zu heilen. Und da darfst du gerne einmal hinschauen. Und ich mag es gerne, zielgerichtet zu arbeiten. Das heißt, sich ein Thema anzuschauen oder vorzunehmen und dann wirklich ganz konkret anhand dessen zu gucken, welche Erlebnisse gab es in deinem Leben, die mit diesem Ziel, mit diesem Vorhaben, was du dir setzt, zusammenhängen. Denn es geht jetzt nicht darum, diese Vergangenheit einmal aufzumachen und zu gucken, welche schmerzhaften Situationen gab es in deinem Leben. Wir haben die alle. Sondern für mich ist es einfach wichtig zu gucken, hey, wo hast du da noch Emotionen? Auch da, wie ich gerade gesagt habe, diese Emotionsspuren in deinem Gehirn, die noch nicht abgeschlossen sind. Wo spürst du Widerstände? Wo handelst du aus einem Automatismus heraus? Und auch mit welchen Menschen bist du da vielleicht an Punkte gekommen, die nicht so schön waren, die dich verletzt haben? Wo hast du vielleicht jetzt gerade noch Misstrauen in Bezug auf dich selbst, in Bezug auf deine Kompetenzen, in Bezug auf dein Ziel, was du dir setzt, basierend auf einer Erfahrung in der Vergangenheit? Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir die Sachen anschaust, weil ansonsten sind das wie so Gummibänder, die dich zurückhalten. Du kommst nicht in die Umsetzung, wenn du da Glaubenssätze, Werte, wenn du gewisse Überzeugungen hast, wenn du Coping-Mechanismen hast, aber eben auch diese Emotionen hast, Ängste hast und dadurch nicht ins Handeln kommst. Und deshalb ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um über dich selbst hinaus zu wachsen, deine Vergangenheit zu heilen. Und auch hier gibt es ganz unterschiedliche Tools, die du dafür nutzen kannst. Das ist EFT, darüber habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen. Das ist eine Klopftechnik, um die Emotionen zu verarbeiten und auch neue Überzeugungen in dein System zu lassen. Das ist Emotionscoaching, also auch mal eine Eins-zu-eins-Session dazu zu machen. Was du eben auch machen kannst, sind Visualisierungen, die mit deinem Unterbewusstsein arbeiten. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, alle Tools, die ich dir hier vorschlage, sind ehrlicherweise auch Teile meiner Arbeit, die ich in den Programmen, die ich mit meinen Kundinnen teile, aber eben auch ganz konkret das Empower-Me-Programm, was nächstes Jahr startet, was darin enthalten ist. Und da gucken wir uns auch wirklich ein ganzes Modul lang das Thema Vergangenheit an und gucken, welche Glaubenssätze gibt es da noch und was darfst du noch in deinem Leben drehen, um wirklich ohne dieses Gummiband, was dich nach hinten zieht, was dich in der Vergangenheit hält, in die Zukunft auszurichten. Genau. Ein dritter Punkt, den es braucht, um über dich hinaus zu wachsen, ist Self-Leadership. Das Programm Empower-Me ist ja genau ein Programm, was sich mit dem Thema Selbstführung beschäftigt. Und was meine ich eigentlich mit Selbstführung? Mit Selbstführung meine ich, was sind die Gedanken, die du über dich selbst hast? Wann verfällst du in Emotionen, in Trauer, in Wut, in Scham, in Schuld? Was sind diese Situationen, wo du vielleicht in ein Drama verfällst? Und dann auch ganz konkret mal zu gucken, was heißt denn eigentlich Drama für dich? Was ist so deine Bewältigungsstrategie, wenn Dinge schief gehen? Was passiert dann? Verfällst du in Schockstache? Gehst du eher in den Angriff? Gehst du einfach weg aus dieser Situation, also entziehst du dich dieser Situation, gibst zu früh vielleicht sogar auf? Und in welchen Situationen lebst du immer noch gewisse Opferanteile? Also Anteile, wo du anderen Menschen die Schuld gibst, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Ganz klassisches Beispiel ist, dass man den Eltern die Schuld gibt oder auch, ja, vielleicht auch sogar einem ehemaligen Chef oder einem gewissen Ex-Freund, Freundin, die einem, ja, vielleicht auch wirklich Verletzungen zugefügt hat, auch Dinge passiert sind, die nicht schön waren. Und gleichzeitig bringt dich halt diese Opferrolle nicht weiter. Gleichzeitig lässt sich diese Opferrolle sehr ohnmächtig fühlen. Es hat so diesen Anteil, dass du ausgeliefert bist, dass du dagegen gar nichts tun kannst, dass du machtlos bist. Und ich bin der Überzeugung oder ich habe die Überzeugung für mich und mein Leben entwickelt, dass ich alles beeinflussen kann, dass ich auf alles Einfluss nehmen kann. Auch wenn es im ersten Moment so aussieht, als ob ich da nichts tun könnte, ich kann meinen Umgang damit verändern. Und auch das gibt mir am Ende meine Macht zurück, meine Gestaltungsfähigkeiten. Im Bereich Selbstführung ist es natürlich extrem wichtig, auch hier wieder dir selbstbewusst zu sein. Was sind deine Überzeugungen in Bezug auf dein Ziel? Was sind deine Werte in Bezug auf dein Ziel? Wie schaust du auf die Welt? Wie schaust du auf die Menschen, die genau diese Dinge erreicht oder getan haben? Und wo gibt es da vielleicht einfach noch Widerstände, die du bewusst oder unbewusst irgendwie wahrnimmst? Und das sind vielleicht auch Dinge, wo du weißt, hey, ich sollte das tun. Rational weiß ich, dass das dran ist und gleichzeitig komme ich nicht ins Tun. Und auch das ist ein Thema, was du dir unbedingt anschauen solltest und nicht auf die lange Bank drücken solltest, weil es verstreicht einfach Zeit. Und ich gucke da immer so ein bisschen mit Mitgefühl drauf, weil ich einfach weiß, hey, unser Leben ist endlich. Damit möchte ich keinen Stress in Bezug auf unsere Lebenszeit auslösen, sondern dir einfach bewusst zu machen, du hast alle Zeit der Welt, um deine Ziele zu erreichen und deine Ziele zu bearbeiten und gleichzeitig werden wir irgendwann sterben. Und darauf dürfen wir einfach achten. Natürlich ist es wichtig, dir eins nach dem anderen vorzunehmen und dich da auch nicht zu überfordern. Auch Überforderung ist ehrlicherweise ein Coping-Mechanismus. Noch mehr auf den eigenen Teller zu laden, noch mehr auf den eigenen Schreibtisch zu laden, was du zu tun hast, um dann am Ende nichts zu tun. Aber eben gleichzeitig auch wirklich zu gucken, hey, was ist gerade dran und was ist gerade wirklich wichtig zu tun? Der nächste Schritt ist, dass du eine klare Vorstellung von deiner Zukunft hast. Und damit meine ich, dass du dir die idealste Zukunft, die schönstmögliche Zukunft, die du dir vorstellen kannst, aufschreibst. Ich bin wirklich ein Fan davon, das aufzuschreiben und nicht nur mal kurz in deinem Kopf hin und her zu denken, sondern da wirklich reinzugehen und mal zu gucken, was verbinde ich mit dieser Zukunft, was verbinde ich mit diesem Traum? Warum will ich das überhaupt? Auch da mehrfach mal zu fragen, warum, warum, warum? Ist das eine Sache, die aus dir kommt oder vielleicht dann doch von anderen Menschen einfach übernommen wurde? Und wie sieht dein Traumleben dann aus? Und während du das aufschreibst, möchte ich dir hier einmal mitgeben, dass du wirklich achtsam beobachtest, was deine Gedanken machen. Du kannst da gerne auch mit zwei Farben arbeiten, dass du es erstmal alles aufschreibst, was du dir wünschst und auf der rechten Seite mit einer anderen Farbe. Am besten nicht rot, weil das hat so diesen Alarm, diesen Alarmcharakter. Aber vielleicht schreibst du mit schwarz und die anderen Sätze, die so deine Gedanken sind oder die Zweifel, die da hochkommen, kannst du ja mit blau schreiben. Und um das mal sichtbar zu machen, weil ganz oft sind diese Dinge im Unterbewusstsein verankert. Und ich glaube, da ist es extrem wichtig, diese Dinge nach oben zu holen. Und die kommen eben nach oben, wenn wir uns damit beschäftigen, was wir eigentlich wollen. Und das können dann Sätze sein wie, das ist für alle möglich, nur für mich nicht. Oder ich bin noch nicht so weit oder ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, etc. Und das sind am Ende die Dinge, mit denen du arbeiten kannst, die du verändern kannst für dich. Auf einer rationalen Ebene, indem du Gegenbeispiele oder Gegenbeweise findest, aber eben auch auf einer emotionalen Ebene, wo du die Tools, die ich gerade auch schon vorhin genannt habe, EFT, Tapping-Technik, Atemtechniken, aber eben auch in Meditationen oder eben auch in Emotions-Coaching-Sessions bearbeiten kannst. Und dann als letzten und fünften Punkt darfst du natürlich auch eine gewisse Haltung mitbringen. Mit Haltung meine ich deine Einstellung zum Leben, zu deinem Ziel, die Überzeugungen, die du in dir trägst, um über dich hinauszuwachsen. Und der erste Punkt, der mir da wichtig ist zu sagen, ist, dass du eine gewisse Offenheit oder auch einen gewissen Willen zur Veränderung brauchst. Das heißt, dass du bereit bist, die Dinge anders zu machen als zuvor. Weil wenn du schon alles richtig machen würdest, dann hättest du das Ziel ja schon erreicht. Und manchmal braucht es da wirklich eine radikale Veränderung von den Handlungen, von deiner Denkweise, von den Menschen, mit denen du dich umgibst oder mit denen du dich auseinandersetzt oder mit denen du dich vielleicht auch vergleichst oder inspirieren lässt. Aber eben auch so dieses, ich öffne mich jetzt für einen neuen Weg. Und das hat für mich ganz, ganz viel auch mit dem Growth Mindset zu tun, so diese Einstellung, dass du wachsen kannst, dass du dich verändern kannst, dass du dein Gehirn verändern kannst, dass du ja auch andere Erfahrungen in deinem Leben machen kannst als bevor, als davor. Ich bin gerade so ein bisschen Deutsch-Englisch unterwegs, vielleicht hast du es ja mitbekommen, auch in den letzten Podcast-Folgen. Ich bin gerade ja noch in Mexiko und deshalb schwingt es manchmal noch so mit. Genau. Ja, und was halt noch in dieses Thema Mindset und in die Einstellung reinfällt, ist, gewisse Dinge auch loszulassen. Und das sind vielleicht alte Anteile, das sind vielleicht auch Überzeugungen, Glaubenssätze, das sind vielleicht auch Ängste, die dich, ja, in deinem bisherigen Ich, in deiner bisherigen Situation einfach festhalten. Ich habe ja kürzlich auch in der Podcast-Folge darüber gesprochen, wie auch mich manchmal noch diese Zweifel, diese Glaubenssätze, diese Angst vor falschen Entscheidungen treibt. So heißt auch die Podcast-Folge, da kannst du gerne mal reinhören. Da gebe ich Einblicke in eine Situation, die bei mir einfach krasse Zweifel, Ängste, so dieses Gedankenkarussell ausgelöst hat. Und mir ist ja immer wichtig zu sagen, dass dieses alte Ich, das hatte seine Daseinsberechtigung. Diese Überzeugung, diese Glaubenssätze, auch diese Ängste haben eine Funktion. Und gleichzeitig darfst du dich fragen, sind sie funktionabel oder funktional, das ist das bessere Wort. Sind sie funktional für dein Ziel? Und wenn das eben nicht so ist, dann darfst du sie transformieren. Dann darfst du sie in Dankbarkeit und Wertschätzung loslassen. Und auch dafür gibt es tolle Tools, mit denen du arbeiten kannst. Auch so gewisse Rituale, auch hier Meditationen, auch hier Techniken, um deine Emotionen zu regulieren. Und wenn da eine Trauer da ist, dann ist das auch in Ordnung. Und ich glaube halt, das braucht wirklich dieses Verständnis. Und deshalb gebe ich dir hier auch im Podcast und auch in meinem Programm so viel Hintergrundwissen. Warum sind die Dinge, wie sie sind? Warum denken wir, wie wir denken? Was prägt uns? Und wie können wir das auflösen und verändern? Wie lernen wir? Weil ich glaube, wenn du mal verstehst, was dahinter steckt, dann hast du ein ganz anderes Mitgefühl und Verständnis für die Widerstände, für die Herausforderungen, die da sind. Genau. Dann ist ein letzter Punkt noch wichtig bei der Haltung. Und das ist die Umsetzung. Ganz oft, und das ist natürlich auch im Bereich Manifestieren und ich visualisiere mir meine Träume etc. Wichtig, dass du eben nicht nur in dem Status, in dem Zustand bleibst, ja, ich denke ja drüber nach und ich bereite mich darauf vor und so weiter, sondern dass du Dinge auch wirklich umsetzt. und für dich einstehst, ins Tun kommst. Und das können natürlich auch erste kleine Schritte sein, die zu deinem Ziel passen. Es muss nicht sein, dass du jetzt den größten, schwierigsten, größten Batzen irgendwie direkt angehst, sondern dass du dich da ran wagst und auch ausprobierst, aber dass du auch wirklich was tust. Und dass du den Menschen in deinem Umfeld oder auch einfach dir selbst immer wieder kleine Schritte, kleine Stückchen beweist, dass es vorwärts geht. Also ich möchte die Punkte nochmal zusammenfassen. Am Anfang braucht es erstmal ein Bewusstsein und ja, auch einfach ein Ziel, wohin soll es eigentlich gehen. Der zweite Punkt war, dass du deine Vergangenheit heilen darfst. Wo gibt es noch Erfahrungen, die dich zurückhalten, wie so Gummibänder? Der dritte Punkt ist Self-Leadership. In den einzelnen Situationen wirklich zu gucken, wie führe ich mich selbst? Wie gehe ich damit um? Wann verfalle ich noch in Drama, in Opferanteile? Dann aber auch wirklich mal zu gucken, was ist deine klare Vorstellung, das war der Punkt vier, von deiner Zukunft? Wie soll es genau aussehen? Was wünschst du dir? Was ist die bestmögliche Zukunft, die du dir ausmalen kannst? Und der fünfte Punkt war deine Haltung, was du mitbringen darfst. Dieser Wille zur Veränderung, Altes loszulassen, aber auch zu verstehen, warum agierst du, wie du agierst? Und am Ende ins Tun zu kommen, weil nur dadurch erreichen wir auch unsere Ziele. Ja, falls du bei dem Über-dich-Hinaus-Wachsen Unterstützung möchtest, von mir, aber auch von einer ganz, ganz kraftvollen Gruppe, wo sich jeder ein Ziel setzt und daran arbeitet, es zu erreichen, wo jede einzelne Teilnehmer und Teilnehmerin auf Widerstände trifft, auf Blocker, auf Herausforderungen, auf Glaubenssätze, Überzeugungen, die sie noch zurückhalten, die sie aber auch auflösen, dann komm gerne in das Empower-Me-Programm. Das ist ein viermonatiges Gruppenprogramm, was im Januar starten wird. Du kannst dabei sein und, ja, einfach lernen, dich besser zu führen. Das ist mein Programm für das Thema Selbstführung, weil ich einfach weiß, wie unsere Welt gerade ist und wie viel Unsicherheit auch davon ausgeht und, ja, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wirklich Unzufriedenheit und Unklarheit da ist. Und Empower-Me unterstützt dich einfach dabei, wieder zurück in deine Power zu kommen, deinen Fokus auf dich selbst zu richten und über dich selbst hinaus zu wachsen. Und all die Punkte, die wir heute in der Podcast-Folge besprochen haben, sind genau die Inhalte, die wir auch in den vier Monaten bearbeiten. Und du hast im Hintergrund auch eine Plattform, wo du noch weitreichendere Inhalte bekommst. Du hast aber auch Live-Sessions, wo ich genau die Visualisierung, Meditation anleiten werde. Du hast die Gruppe und du hast offene Q&A-Calls, wo du ganz gezielt auf deine Fragen, auf deine Situation, eben eingehen kannst. Ich dir dadurch Impulse geben kann und ich dich in diesen Calls aber eben auch coachen kann. Und, ja, es geht Mitte Januar los. Der Invest liegt bei 3.500 Euro derzeit. Für Privatzahlerinnen ist dieser Invest ein Bruttopreis. Ich habe aber auch einige Kundinnen, die, ja, das Unternehmen hier mit reingenommen haben. Das heißt, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin hat dieses Investment getätigt. Und dann ist das ein Nettopreis. Das heißt, 3.500 Euro netto plus Mehrwertsteuer, wenn das Unternehmen das zahlt. Und, ja, wenn du da noch weitere Einblicke haben möchtest, was in dem Programm so passiert und wie das auch für die Teilnehmerinnen war, dann hör gerne mal in die Podcast-Folgen rein, in die Interviews mit meinen Kundinnen. Das ist beispielsweise mit der Katja, mit der Melina, mit der Denise, mit der Joana, mit der Anne, die in diesem Programm waren und die auch mal Einblicke gegeben haben, wie das für sie war, was für Ziele sie sich gesteckt haben, was sie erreicht haben. Und auf Instagram teile ich es ja auch immer mal wieder, so ein bisschen auch anonymer. Und ich kann dir sagen, es wird, du wirst so krass über dich hinauswachsen. Es wird so eine intensive, aber eben auch transformierende Zeit. Und was ich echt von allen Teilnehmerinnen immer wieder gehört habe, war so dieses, ja, ich bin in die Situation reingegangen und ich habe mich dieser Situation gestellt, aber das Wichtigste war für mich nicht der Outcome, was ist das Ergebnis und kriege ich das am Ende auch wirklich, was ich da fordere, sondern das viel Wichtigere war für mich, wie fühle ich mich in dieser Situation. Und alle sind durch diesen Prozess gegangen, alle haben die Dinge auch umgesetzt und alle haben mir danach betrichtet, wie gut sie sich, wie verwurzelt, wie sicher, wie gehalten sie sich in dieser Situation gefühlt haben, gehalten von sich selbst. Und wenn auch du im nächsten Jahr gewisse Themen angehen möchtest, egal in welchem Lebensbereich, dann komm gerne in Empower Me. Es ist ein wunderschöner Raum, um auch da dich einfach auszuprobieren, um zu wachsen mit Gleichgesinnten. Und auch das ist immer mal wieder eine Beobachtung, dass meine Teilnehmerinnen mir einfach sagen, hey, ich habe in meinem privaten Umfeld noch nicht die Leute, die mich in meinem Wachstum so sehr fördern. Und ich kann dir sagen, Empower Me ist genau der Raum, wo du wachsen wirst, wo du dich gegenseitig inspirerst, wo du gegenseitig mit den anderen dich challengest und wächst und auch durch die Herausforderungen, die die anderen haben, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind und die vielleicht aber auch ein bisschen hinter dir sind, du Erfahrungen hast, die dich auf deine Ziele, auf deine nächsten Schritte vorbereiten, die du einfach schon dir bewusst machst und dadurch schon vorher auflösen kannst. Genau. Also wenn du dabei sein möchtest, schau gerne in die Shownotes, da findest du direkt den Buchungslink. Du kannst auch gerne nochmal ein kurzes Gespräch mit mir buchen oder mir eine Nachricht schreiben, falls es noch Fragen gibt. Und ich freue mich so sehr, wenn du dabei bist und im Jahr 2023 über dich selbst hinauswächst, weil wir alle haben es verdient und wir sollten das alle tun, um uns selbst in unserer Essenz zu erfahren, wer wir sind, was uns Freude macht und dadurch auch einfach zu einem besseren Miteinander und zu einer besseren Welt beitragen. Und das wäre mein großer, großer Wunsch für das nächste Jahr für dich und ja, ich freue mich einfach auf dich, wenn du dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Deine Julia. 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 Deine Julia.